Hallo und herzliches Willkommen, mein seines Lukas Maxx. Heute ein neues Video auf meinem Kanal. Bevor dieses Video losgeht, ich würde euch unbedingt darum bitten, dass ihr dieses Video bis zum Ende schaut. Denn dieses Video war so krass viel Arbeit und ist unnormal lustig geworden. Und ich würde sagen, let's go mit dem Video. Wir sind in den Militär-Base, wie gesagt. Aber den muss ich noch kurz mal haben. Vier Sterne-Spieler-Mäuste mal. Rammt da einfach alle weg. Aber fahr auch. Ich fahr ja, so schnell wie es geht. War keine gute Idee. Kriegt mich niemals zu. Ich bin gleich wieder tot. Ich glaube, ich muss bei euch ansteigen. Ja, dann steig aus und steig unschneid ein. Macht doch Eier. Wir sind umgefallen, ey. Ja, ich weiß, das habe ich ja gesagt. Macht doch Eier. In der Tat. Schönes Squad-Anhalt. Wetten natürlich wieder. Okay. Huch. Wir glaubt ihr, wir schaffen es bis zu einem Jet. Hopp ich. Mal gucken, was da für ein Auto steht. Molle, den fand ich sie. Der Hebi. Tötet ihn. Oder was ist euer Plan? Baller auch schon raus. Viel Wunsch. Huch. Huch. Ah, wir sind ja gleich da. Halt dein Maul. Das Geile ist, mit diesem Auto kann uns keiner wegspringen, gefühlt. Mit der richtigen Anwendung schaffen wir das halt wirklich. Dann noch loswerden die Sterne. Nur der Sterne, wenn du einen Jet hast, easy. Dann aktivierst du in der Base wegen dem Ratheten von dir. Dann sage ich. Glückwunsch. Und jetzt kommt der Drift des Jahrtausends. Zwölf Sekunden später. Jetzt geht's in die Militärbase. Panzer. Äh. Äh. Die haben schon auf uns gewartet. Whip Dom. Ich muss weiterfahren. Ich mach den 31er, sorry. Ich muss probieren, Panzer zu klauen. Was war das jetzt? Irgendwann später. Hab Kops. Ich hab mir Polizei ausgerollt und fahr jetzt rein. Ich hab mir grad meinen Oppressor. Ich bin, oh, direkt vier Sterne. Ich hab Angst um mein Ding. Hier ist einfach kein Jet. Ja, ich hätt's geschafft, Digga. Vorwie, ich hätt's geschafft. Ja. Panzer? Scheiß Panzer. Stell dir mal vor, wir klauen einen Panzer. Fahren grad raus. Es kommt ein anderer Panzer und springt uns weg. Also Story-Mod ging das einfacher mit Panzers klauen. Digga, Story-Mod zu Story-Mod. Das ist ja auch was anderes. Halt dein Maul. So, ich hab ein Auto für uns dann. Damit fahren wir es in die Militär-Bass. Ich hab ein besseres. Jesus Cry! Okay. Nee. Wenn wir das schaffen, zählen wir einen Euro auf in seinen Nacken. Doch. Steck, steck aus. Warum hat jemand einen roten Kopf von euch? Nein. Mach doch auf! Er brauchte mal zehn Jahre. Nein. Da kommt der Panzer. Alter, ich mach jetzt durchgehend Saltos. Ich hab ihn fast verbrannt. Hä? Ach, Mann. Junge. So, wen soll ich von euch abholen? Ich hab den Buzzard. Nee, wir können doch alle abholen. Nö. Dom darf nicht mit Kappa. Ich will Dom mit Kappa. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ja. Ich kann's schaffen. Äh, brauchst du das zehn Jahre zum Aufknacken, genau. Ich schaff's auch. Ich hab'n Jet. Irgendwett. Ey, wir treffen uns, äh, lass mal, äh, Trevor von Kappen treffen. Ich hab'n Jet kaputt gemacht. Ich landlob einfach nochmal schnell. Na, das ist auch kaputt. So, ich geh jetzt in Gefängnis rein. Und baller da ein bisschen. So, irgends kommt auch ins Gefängnis rein. Hier gibt's Action. Ich flieg schon im Gefängnis rum. Glückwunsch. Kommt ihr jetzt bald mal rein hier? Ich sterb hier schon. Digga, wow, wer hat mein Ding halb zerstört? Dein was? Dein Heli oder was? Nein! Das war's hier aber wirklich komplett. Ach, wer fährt da nicht? Kommt, dann will ich mir auf Beine. Soll ich Ihnen helfen? What are you doing? Renn! What are the time next year? Ach, das ist Dennis. Sag das doch. Ich hab' wirklich glaubt, dass das jetzt die Polizei ist. Das war's hier aber wirklich komplett. Blät. Goal! Was ist das? Bis zum nächsten Mal.